Hallo und Willkommen. Heute bin ich jetzt in Palma bei dieser großen Kathedrale. Ich müsste mal schauen ob ich da näher rankomme. Der Ballermann ist irgendwo da hinten. Würde ich sagen. Mal schauen. Davon mach ich natürlich auch noch ein Video. Über die Schickstraße. Das ist mal ein ganz klarer Fall. Hallo meine Reisekumpan. Jetzt bin ich heute mal bei Ballermann 7. Da vorne ist die Nummer 7. Nummer 6 ist der hinten. Dann bin ich endlich in der berühmten Schickstraße. Die Partymeile wird langsam lauter da vorne. Alles klar. Ja die erste Bar sehe ich jetzt. Also ich würde mal sagen hier ist wirklich, der Betrieb kommt erst wahrscheinlich noch richtig. Bierkäse. Das ist die erste Bar, die erste Bierbar. Also die drei Grimma ist nach dem letzten Jahr. Das ist tatsächlich die Schickstraße. Da sind die schöne Mädchen. Ich auch. Ich krieg's hier auf einmal an. Meine Schwester hat mich angenommen. Die haben Papa gestopft gemacht. Ja. Wow. 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 Wow so. Wow. Wow. Ein Bier! Ein Bier! Ein Bier! Ein Bier! Ein Bier! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Das war's für heute. Aber richtig. Gar nicht. Na ja, geht so. Geht so, geht so. Und hier ist es. Wir sind dort. Wir werden über die Karten des Karten. Wir sind hier. Hier sind wir. Wir werden hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Vielen Dank.